Große Star Wars Event kommt auf uns zu! Neuer Teaser wurde rausgeschallert und in einer weit, weit entfernten Galaxie träumen wir immer noch nachts davon, dass wir endlich ein Lichtschwert als Spitzhacke bekommen. Wird dieser Traum endlich erfüllt und was betrifft das jetzt alles rund um Fortnite? Mit diesem kleinen, großen Update direkt nach Avatar, direkt das nächste Event. Ihr seht gerade hier Gameplay von dem Amar Lost Legends Cup aus der Special-Runde, wo man nur mythische Items benutzen konnte. Fand ich eine sehr interessante Geschichte. Fortnite sollte tatsächlich daraus einen eigenen Spielmodus machen. Das ist einen kompletten Spielmodus. Weißt du, was noch Next Level wäre? Nicht nur mit dem Avatar einen eigenen Spielmodus, mit allen Anime-Items. Das ist ja Kamehameha, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Deku Smash. Reinbringen dann noch die Avatar-Items und, und, und. Da habe ich gerade Mr. X gejagt, erzähle ich. Das habe ich erst nachträglich herausgefunden, dass er das ist. Wenn die das Ganze irgendwie mal in einen Spielmodus verpacken könnten, so wie Avengers. Ja, aber lizenztechnisch leider schwierig und wird nur ein Traum bleiben, aber was soll's. Kommen wir erst mal zu der Star Wars-Geschichte und machen wir erst mal nach und nach und teilen das Ganze auf. Zuallererst, Fortnite hat einen Teaser rausgeballert und schon mal sie Star Wars-Koop angekündigt. Kass, einen halben Monat zu früh? Ne, die wollen jetzt schon ein bisschen sagen, so von wegen, hey, Avatar ist nicht alles, danach kommt ein bisschen mehr raus. Am 3.5. sieht man im Teaser, kommt der große Star Wars-Day in Fortnite rein. May the fourth be with you. Möge die Macht mit euch sein oder möge der Mai mit euch sein, weil sich das ja so ähnlich anhört, ist es und bleibt international ja der Star Wars-Tag, nicht nur in Fortnite. Aber in Fortnite ist es ja auch schon fest etabliert, seit Chapter 2 ist es eigentlich immer gleich. In diesem Teaser, den Fortnite gepostet hat, sehen wir ja schon ein paar Sachen, die ein bisschen anders ablaufen. Unter anderem wird es nicht nur Battle Royale betreffen, sondern auch Lego Fortnite, Battle Royale und natürlich Festival. Und vielleicht Rocket Racing? Schauen wir gleich mal, was wir dort natürlich runterrattern können. Und deswegen wissen wir natürlich schon, dass direkt nach der Avatar-Kooperation das große Star Wars-Event startet. Und das geht eigentlich fließend Hand in Hand. Und erstmal, hier, läuft ja Avatar bis zu dem Mai. Und wenn Avatar endet, geht eigentlich schon fast flüssig rüber zu Star Wars. Dann geht das Ganze schon mal über. Dann werden natürlich die ganzen mythischen Items deaktiviert, wie Feuer, Luft und Erdbändigung. Ja, die drei. Wasserbändigung wird wahrscheinlich bis zu Seasonende drin bleiben, weil das ja mit Korra und dem Battle Pass ein bisschen zusammenhängt und ja unabhängig von der Avatar-Kooperation ist. So, und wenn Avatar zu Ende geht, aktivieren die auch natürlich die Fortnite-originellen Sachen wieder. Die Flügelblitz und die Hades-Ketten. Die wurden ja jetzt deaktiviert, wahrscheinlich um den Lootpool ein bisschen kompakter zu halten, damit das alles nicht so überfüllt ist. Weil das sind ja im Prinzip ja vier unterschiedliche Items mit unterschiedlichen Einsatzzwecken, wie Mobility, Long Range, Short Range und was auch immer. Und wahrscheinlich wäre das ein bisschen zu viel. Betonung auf wahrscheinlich. Könnte auch sein, dass Avatar einfach nur ihren kompletten Fokus legen wollte und sagt, das sind unsere mythischen Items. Die Leute sollen sich nur darauf konzentrieren. Wir wollen keine Flügel haben. Und deswegen mussten die das machen, weil letztendlich, wenn Star Wars startet, gibt es ja auch eine Menge mythische Waffen. Da kommen wir gleich noch zu. Und auch zu den Geschichten mit dem Lichtschwert. Ne, machen wir auch nochmal. So, von dem Release-Datum, ne, dritter, fünfter, startet das Ganze. Ich glaube, das ist ein Freitag. Ist das ein Freitag? Ist auch egal. Ne, ist nicht ganz der vierte, fünfte, aber wegen Zeitverschiebung auch weltweit ist es ja immer ein bisschen fließend. Das große Update für Star Wars sollte dann dementsprechend am 30. April rauskommen. Ne, aber Betonung auf soll, wenn man jetzt einfach das Ganze hochrechnet. Wenn ihr bei dem Update-Rhythmus bleiben müsst ihr eigentlich schon nächste Woche das Ganze passieren. Was ist das? Der 23. April müsste ja eigentlich schon das Update rauskommen. Aber das wäre ein bisschen weit weg zu dem Star Wars-Tag. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie nächste Woche nochmal eine kurze Pause machen. Und dann entsprechend zum Star Wars-Tag das große Update rausbringen. Aber da kommen wir noch ein bisschen natürlich. Da sind ja nicht nur Star Wars-Sachen drin, wie neue Skins und so weiter. Das ist ja Version 29.30, glaube ich. Wenn, kriegen wir dann. Und dann geht es auch schon so langsam Richtung Season-Finale. Oh yeah. Bin mal gespannt, ob wir diesmal wieder einen Mini-Live-Event bekommen, wie mit der Hand. Aber egal, ob wir einen Mini-Live-Event bekommen oder nicht. Für Battle Royale und Star Wars haben wir ja auch schon ein paar Sachen, die wir wissen. Unter anderem die neue mythische Waffe. Und zwar der Bowcaster von Chewbacca. Das ist die Waffe, die aussieht wie ein Armbrust und verschießt eigentlich grüne Pfeile statt... Echte Pfeile. Ja, Star Wars-Leute erklärt. Statt Munition oder Blei kommen einfach neue rote Striche raus. So wird das Ganze leichter. Natürlich die anderen üblichen Verdächtigen. Lichtschwerter als mythisches Item. Plus wahrscheinlich auch den Stormtrooper-Blaster. Können wir wieder erwarten. Die waren eigentlich bisher jedes Jahr drin. Außer diese Armbrust ersetzt das Ganze ein bisschen, um den Lootpool vielleicht kompakter zu halten. Das ist eine Möglichkeit. Aber die Lichtschwerter sollten ziemlich sicher sein, dass die natürlich reinkommen. Zusätzlich natürlich auch die weiteren Skin-Packages. Die üblichen Vertreter, die wir bisher haben mit Darth Vader und was auch immer, sind natürlich immer wieder drin im Shop. Schon seit längerem. Aber diesmal steht auf dem Plan tatsächlich Chewbacca höchstpersönlich. Wir haben ja schon ein paar harige Tierchen bekommen von Star Wars. Ja, die Star Wars-Fans werden es lieben, Alter. Imagine, Alter, du nennst die ganze Wookie-Rasse harige Tierchen. Ich glaube, die eskalieren komplett. Wieso sind Fanboys eigentlich immer so anstrengend, egal in welchem Franchise. Bei Lego genauso schlimm und bei Supercell auch, ne? Wenn du bei Supercell sagst, dass Piper aussieht wie ein Hase oder sowas. Nee, das ist ein Pirat. Ja, ist okay. Back dir ein Eis. Naja, harige Tierchen. Neue Skins kommen rein. Und Rebellen Leia soll auch als neuer Skin vorhanden sein. Ja, neuer Skin, kein Stil. Klar, wir haben schon Leia als Skin im Fortnite drin, aber wenn da komplett redesigned ist, wird das immer als neuer Skin rauskommen. Plus weitere Droiden, die reinkommen werden. Also hört sich das auf jeden Fall wieder mal nach einem schönen Dreier-Package an. Ist ja so das übliche Ding, dass wir Dreier-Kombinationen kriegen, so ähnlich wie wir es jetzt auch in Fortnite-Avatar bekommen haben. Auch wenn ihr dann nochmal so ein bisschen Zusatz-Skins reinpackt mit Mini-Pass und was auch immer. Aber so die übliche Dreier-Kombo an neuen Sachen, wenn dann reinkommt mit diesen drei Skins. Das Battle Royale. Was haben wir noch? Mit dem Teaser haben wir gesehen, dass das Ganze auch in Lego Star Wars übertragen wird. Das könnte unsere allererste größere Kooperation für Lego sein. Bisher haben wir noch nichts krasses bekommen. Klar, wir können jetzt mit Star Wars-Figuren und Marvel-Figürchen auch ja dort spielen, was als Skins übertragen wurde. Aber so ein richtiges Thema und thematische Kooperation in Lego selber hatten wir bisher nicht. Und deswegen jetzt der perfekte Zeitpunkt, Leute. Die große Lego Star Wars Koop dann in Fortnite drinne. Mit geilen Shop-Updates. Gönnt euch jetzt schon mal. Ich werfe das einfach mal rein. Der 50-Euro-Millenium-Falken im Item-Shop in XXL. So ein richtig, richtig fetter Batzen-Millenium-Falken, den du nachbauen kannst mit 1000 Teilen oder sowas. Schön mal im Shop erstmal 50 Euro latzen. Ey, eine stinknormale Burg kostet 25 Aschis. Und da musst du schon hinblättern und das ist noch nicht mal eine Kooperation. Und jetzt kommt Star Wars rein. Der Star Wars Lego mit Millennium-Falken kostet 1000 Euro im Real Life. Und das sind Plastikteile. Digitale Plastikteilchen sind genauso teuer. Ich sag's. Ich sag's euch zuerst. Und wenn's nicht der Millennium-Falken wird, dann wird's irgendein anderes schönes Gebäude werden. Oder sowas. Der Naboo-Palast. Vielleicht irgendwas aus Tantui oder sowas. Von Anakin's City und Home. Vielleicht auch irgendwie mal das Stadion vom Potracing. Wobei ich mir echt schwer vorstellen kann, was die da für Gebäude reinnehmen können. Gibt ja ein paar ikonische. Zum Beispiel das Schloss von Darth Vader. Wär ja auch ganz cool eigentlich. So dieser Obelisk da. Sieht ja auch fancy aus. Oder Sternenzerstörer. Oh ja. Also ich denke mal, dass die dort auf jeden Fall ordentlich monetarisieren werden. In Lego lässt sich das nicht lumpen, dort auf jeden Fall ein paar Gebäude reinzupacken. Aber hey, immer noch billiger als ein Messer in Valorant. Immer schön mal Murph Valorant auch zeigen. Finde ich immer ein gutes Beispiel. Ob es da natürlich gameplaytechnisch in Lego Fortnite was reinkommt. Mit Lichtschwerter-Items in Lego selber. Kann man natürlich auch machen. Wird auch, denke ich mal, irgendwas in diese Richtung passieren. Ich kann mir aber nicht so krass vorstellen, dass dann irgendwie eine Lego-Star-Wars-Welt reinkommt. Also so richtige, die Planeten oder sowas. Von Star Wars in Lego selber, wo man dann irgendwas bauen kann. Das wäre cool, aber das wäre schon echt big. Deswegen schauen wir mal. Und könnte auch natürlich dann den Grundstein für alle möglichen Kooperationen setzen. Zum Beispiel, schön und gut, dass wir jetzt Star Wars bekommen. Aber wenn dann in der Zukunft einfach noch weitere Sachen reinkommen. Wie Fluch der Karibik oder andere Kooperationen, die Ford hat auch plant mit Disney. Und Marvel-Welten von Avengers oder sowas. Da könnte man richtig, richtig coole Sachen reinbringen. Und das Ganze natürlich kombinieren. In den nächsten Modus gehen wir auch rein. Fortnite-Festival, Musik. Wer soll auch Jam-Tracks von Star Wars reinkommen? Da kommen natürlich schon direkt die ersten Favoriten bei mir hoch, Leute. Cantina-Band spielt denselben Song nochmal. Und Duel of the Fates. Eines der geilsten Tracks überhaupt aus dem Star Wars-Universum. Da freue ich mich riesig drauf, wenn das in Festival reinkommt. Als auch natürlich Instrumente, die wahrscheinlich auch so 20 Tacken kosten werden. Dann freut euch jetzt schon mal auf den Luke Skywalker-Mikrofon-Ständer oder sowas. Damit du dann natürlich auch den originalen Star Wars-Ton treffen kannst. Ich kaufe die Dinger eh nicht. Ich finde, die Instrumente sind komplett wack. Aber die Tracks, die Musik sind auf jeden Fall immer glorreich. Das wird dann auf jeden Fall ein Fortnite-Festival betreffen. So, und jetzt bleibt noch der letzte Kandidat. Fortnite-Racing. Ist das eine gute Möglichkeit, tatsächlich mal Podracing in Fortnite reinzubringen? Theoretisch ja. Praktisch nein. In dem Teaser-Trailer steht nichts von Rocket Racing oder sonst was, dass die irgendwas Star Wars-Thematisches bekommen. Und auch nicht irgendwelche Fahrzeuge oder den Podracer von Anakin oder, oder, oder. Dass wir die quasi als neues Fahrzeug kriegen könnten. Weil das müssten die ja dann theoretisch auch in Battle Royale reinbringen. Deswegen würde ich mir da die Hoffnung abschreiben, auch wenn das wahrscheinlich auch ein mega geiles Package wäre oder sowas. Ähm, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wäre einfach zu krass und zu groß. Und vor allen Dingen, warum sollten die das dann nicht in den Teaser reinschreiben, dass Rocket Racing auch nochmal ein weiteres Package bekommt. Es ist, wie es ist. Aber was willst du machen? Genauso, wie du nichts machen kannst, was diese ganze Lichtschwert-Thematik angeht. Und dass die nicht als Spitzhacken rauskommen. Schon seit vier Jahren sind die Leute immer wieder verwundert darüber, warum kriegen wir die Lichtschwerte nicht als Spitzhacke. Nein, Epic Games kann die nicht reinbringen, weil die kein Geld wollen. Dann haben die einen diskutiert. Die anderen haben gesagt, ja, Disney ist schuld. Die können das nicht reinbringen. Ja, das liegt ohne Pro an Disney, die Geier. Andere haben als Argument reingeschmissen, ja, die Lichtschwerte gibt es als mythisches Item. Und wenn die als mythisches Item da sind, dann können die Fortnite-Spieler doch nicht mehr einen Lichtschwert-Spitzhacke von dem mythischen Item unterscheiden. Und dann denken die doch, der läuft mit der Spitzhacke rum. Aber eigentlich hat er ein Schwert in der Hand. Ah, wie schwer wäre denn Fortnite, das tatsächlich zu spielen. Na, und dann kam Ninja Turtles an und hat natürlich ihre ganzen Items und Schwerter sowohl als Spitzhacke als auch als mythisches Item rausgebracht. Ich glaube, das hat eigentlich ganz gut gezeigt, dass es Epic Games null juckt, ob das Ding entweder als mythisches Item und Spitzhacke drin ist, ne, und dass die Fortnite-Spieler tatsächlich nicht zu dumm sind, um die Sachen zu unterscheiden, sondern dass tatsächlich eher Disney das Ganze eher als Highlight sieht und als Highlight verkaufen möchte. Naja, einmal im Jahr Lichtschwerte in Fortnite nutzen. Ansonsten musst du dir irgendein anderes Star-Wars-Produkt kaufen. Wie wär's mit Millennium-Falken für 1000 Euro, Leute? Naja, das kommt ja auch jetzt so rein, ne? So, die Chance, dass wir jetzt wieder mal Lichtschwerte als Spitzhacken bekommen, sind nach wie vor super, super gering. Ein bisschen Hoffnung natürlich jetzt wegen Ninja Turtles, dass sie dort vielleicht gesehen haben, dass das vielleicht nicht so schlimm ist und vielleicht jetzt endlich mal klein beigeben, ist natürlich big, aber er sieht nicht so danach aus, ne? Vor allen Dingen, wenn jetzt irgendwie Chewbacca als Fokus ist und seine Bogenwaffe und was auch immer, ist die Chance da leider nach wie vor gering. Naja, wir haben ja noch ein paar Jährchen, ne? Vielleicht bis Chapter 10 oder sowas, Leute. Ich bin bestimmt noch vier Jahre oder so mit Fortnite beschäftigt. Aber bis dahin habe ich mir auf jeden Fall einen wunderschönen digitalen Plastik-Millenium-Falken in Fortnite geholt. Das sind die Investitionen, die sich dort lohnen, oder? Was sagt ihr dazu, Leute? Wer schmeißt ihr rein, was der Millennium-Falke in Fortnite kosten wird? Oder irgendein anderes Star Wars-Lego-Gebäude? Ich bin echt gespannt auf die Preise. Da werdet ihr auf jeden Fall Kredit aufnehmen können und das hier machen. Ein Skin bitte, mehr habe ich nicht. Was ihr auch machen könnt, ist auf der rechten Seite, wo ich euch das nächste Video anschauen, ne? Dort werdet ihr auch sehen, warum Fortnite-Spieler gerade schon ziemlich, ziemlich sauer sind. Deswegen wart ihr im Video. Da stapelt sich gerade ein bisschen Kacke hoch. Und natürlich könnt ihr auch gerne Creator Code HeyStaniel in den Shop eintragen. Da auch Dankeschön natürlich für fünf Jahre Support an jeden, der da schon immer wieder einträgt. Und natürlich, die ich auch jetzt den Mini-Pass gekauft habe und die ganze Chora-Kooperation. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und natürlich, die ich auch gerne in den Shop eintragen habe.